Das Saarland liegt mitten in Europa. Mit einer Grenze zu Luxemburg und Frankreich fühle ich mich im Saarland als eine echte Europäerin. Und wir haben auch vor dem Hintergrund des neuen Elysée-Vertrages viel vor, unsere Region weiter als europäische Grenzregion auszubauen und zu leben. Unser großes Ziel ist es, Vorbildfunktion zu haben für andere europäische Regionen in Europa. Und deshalb sind wir der Meinung, dass uns dabei unser Kandidat Manfred Weber helfen kann. Er ist ein überzeugter Europäer und für mich der beste Kandidat für das Amt des europäischen Präsidenten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017